Ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Baldur's Gate. Ja, letzte Episode war ein bisschen chaotisch und eigentlich ein Fehlschlag. Aber ja, wir haben jetzt ein Hilfsmittel von ihm bekommen und wir sollen nach oben und dann einmal das Ding hier nutzen. Wo ist es denn? Wem habe ich es denn gegeben? Ach, ihr da. Der Spinnenlörer. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Aufzug. Wir fahren nach oben. So, der ist... Ein Moment. Ich bin aber Offscreen hier schon mal ein bisschen runtergegangen. Da ist irgendwie keiner mehr. Wir können jetzt doch mal Sachen looten können. Weißt du was? Komm, du mal. Ach, das sind jetzt alle nicht mitgegangen. Ah, kommt es alle mal. Kamera, noch da unten. Habt doch, ich mache nichts da unten. So, looten. Dankeschön. Wir können es dann verkaufen können. Wollen wir hier unten noch was? Äh. Okay. Hier geht's rauf. Einmal da rein, bitte. Äh. Wir haben nur eine kaputte, ne? Ja, was ist das eigentlich? Gut, aber wir haben ja... Wir haben ja Tools. Also ich probier's jetzt trotzdem. Einmal Aufzug. Denn Abner geht weiter. Vergewissst du dich, dass du alles erledigt hast? Ähm. Ähm. Entschuldigung. Ähm. Das heißt, mit der Schmiede können wir nicht mehr machen. Oder komme ich doch noch irgendwie zurück? Ähm. Ah, ich bin gewollt, das zu skippen. Okay. Das heißt, wir kommen endlich mal nach oben. Und unseren Charakter geht's dann hoffentlich mal ein bisschen besser. Wenn wir jetzt hier nicht mehr in der Dunkelheit sind. So, da, ja. Das mit dem Abgrund runterstoßen, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Eigentlich eine sehr witzige Technik. Da will ich hin. Oh. Okay. Die nächste Kofft. Ähm. Ja, immer mal scheinbar Blut da ist. Ne, ist natürlich nicht. Uh. Oh, meine Ruhe. Schlussknacken, bitte. So, Brunnen hinzufügen. Los geht's. Yes. Wo kommt das nochmal drin? Uh, geil. Trank. Äh, weißt du was? Du nimmst das mal, bitte. Tun wir gerade mal die Tränke verteilen. Wir haben vier, zwei. Kein Trank. Weißt du was? Äh, Stapel teilen. Du kriegst mal sowas. Und du hast auch nichts. Perfekt. Hätten wir das. Äh, kann ich jetzt doch wieder runter? Moment. Lass uns mal kurz testen. Das sind Dinge, die ich weiterwage. Ah. Rucksacklieb. Also kann ich doch wieder zurück. Okay, ich merke mir das mal. Abbruchkriecher mitnehmen. Nix drin. Ja, da ist ja jemand. Komm gleich zu dir. Sieht alles wie ein Morgier. Kerzen. Ist hier oben noch was? Nö. Moin! Er hat da Zache. Ähm... Darf ich zuerst fragen wagen, wer zu erfragen wagt? Ja. Would it be the nature of our acquaintance that interest you, well, you may safely classify Gale and I as friends. Should it be the nature of your present interlocutor, that you desire to drag from the darkened unknown? And I should be glad to aid in your quest for illumination and identify myself as Elminster. Elminster Umar. Musst du so reden, aber... Ja, okay. Er ist im Dauger. Okay, dann wären wir wieder im Lager. Nach langer Zeit mal wieder. Uh. Nett hier. Und da sind die beiden. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich verstehe, wie auf meine Behandlung? Ich verstehe. Wie so, auf meine Behandlung? Aber warum? Aus mit dem, Elminster. Bitte. Younger Mann, hat dein Sojourn, entfernt von Waterdeep, washed away dein Decorum, als auch dein Patience? Nye a ten day, ich bin ohne Honest. Fair, worthy of the name. Drank nought, but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you will begrudge me a might of rest and repast before I get out with it. Er hat eine sehr eigenwillige Art. Ich kann schon einen Weg von... Ja. Und eine große Kindheit wäre das. Seagale? Auch in diesen barrenen Teilen. Die Art der Hospitalität begets neue Werke. Wenn nur einer die Praxis hält. Oh, for the love of... Fine, fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graber matters are at hand. Plenty to digest. After all, a good deal to stew over, if you will. So, words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Alminster. Right. Um... You see... I... Um... All that is to say... Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed thrills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mystra. The message and the charge I bring you are hers. Uh... Hmm. Oh, Mystra's delicate feet are ill-suited for the hardships of the road. You know where you went wrong, Gale. And I trust you've told your fellow traveler here the nature of your ills. I can't say that so far I've volunteered the entire truth. Do you mean to say you've never bothered to disclose how dangerous you are? Not in so many words. No. Then you two have much to discuss, after I'll have taken my leave. In short, Gale, through his own doing, has become a living explosive, that could wipe from this world this very gathering, and much more besides. For his folly, Mystra forsook him. But now, she has decreed, he is to be given a chance of redemption. Mystra would consider... ...forgiveness? She would consider... ...what she considers to be forgiveness. Mystra is aware of the misadventures that have before you both. She knows of your strife with the absolute, that most insidious of evils. Now I'm not sure if I've seen this in our last play, or if I saw this from my shots when I played there. But yeah, he is a wandel to the bomb. Now I'm not sure if we've seen this in our episode. Also in short, er hat sie dann halt betrogen gehabt. Und das war dann so seine Strafe dann. Also sehr vereinfacht gesagt. Wenn ich selbst davon weiß, würde ich eine kleine göttliche Intervention nicht ablehnen. Das klingt, als wäre Gale die ganze Zeit über... Nee... Ja... Was... erstetal ist mein Wark. Also in meiner Presence, im meio eliminent Das neural6 ist besser als Sie traf related zu haben. Das ru revived auf allt. Das ru, ohne Schutz begrenzelt. Das ruppert dem starker Webb. Das ru Mil funkern. The very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistra's belief that only you can. Uh... The old. Precisely. That, which renders him so dangerous, is an orb of Netherree's origin that is buried within his chest. And that, Gale, is how we arrive at the heart of my director. Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orbs rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help. Or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. An Opfer for all. Is an option. Ah, wir werden dir absolut an Gale mit einem Streich losdoppeltöne. Ja, das kann ich nicht bringen. Um... 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 such is mistress promise with that I've said by sorry peace need only bestow unto thee the charm I was bid italy or russ on us Ja, ich bin vielleicht mal gespannt, wie sich das jetzt so weit entwickeln wird, dass er es auf den Zünder so aktiv in der Hand hat. An Ocean born in lonely hours, calm air, calm flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Okay. Ich würde es aber vielleicht mal kurz quatschen. An Audience with Elminster is never less than memorable. I suppose it's time we dealt with the hollyphant in the room. You have questions for me? And I promise I have answers. Uh... Mm, yeah. Ah, well, that's a rather long and complicated story. I'm what one might call a wizard prodigy. From an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The Goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. I swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess. And yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Should I share the story behind it or would you rather head straight to its sordid finale? Gut, dann haben wir das alles nicht im Let's Play Cup von uns. Gut, dann haben wir das halt jetzt. Ja, erzähl mal alles. Very well. Here goes. Once upon, a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time. But the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. Fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? The answer was to try. And the outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in. Into the dark. You've seen this before. The book. The black tendrils of chaos weave that lash out and overtake you. The dread is as royal as the first time. The oppression just as unbearable. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This nethery's blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however? Yeah. Big boom. Rather worse, actually. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of nethery's magic, I'll say even a fragment as small as the one I carry. And a level of city the size of water deep. Fortunately, this needs no longer be a concern. Well, until I meet the heart of the absolute, whatever that is. Good. Dann hätten wir das auch mal geklärt. Dann wissen wir jetzt seine Backstory und dass er eigentlich eine Bombe ist. Interessante Geräusche. Ich habe eigentlich schon mal überlegt, ob ich eine Klassen wechseln soll. Auf Druide. Sollen wir eine Longrest hier machen? Wo ist eigentlich unser Held? Na ja, ich meine Druide. Wir hätten dann dreimal draufhauen und einmal Support. Und ich mache halt doch weiter als Magier. Na, wir machen weiter als Magier. So. Lager verlassen. Dann hätten wir das. Immer wieder hier. Das sieht alles ziemlich einladend aus hier. Ich werde mal zur Sicherheit kurz speichern. Ich werde mal zur Seite. Oh, okay. So, wir machen hier mal Licht. Und jetzt probieren wir doch mal. Wo kann ich denn das überhaupt machen? Auftreten. So, Badentanz. Schlacht von 1. Die Macht. Schlechtes Auftreten. Das funktioniert irgendwie nicht. Was ist, wenn ich das jemand andern gebe? Ich gebe es mal mir. Vielleicht nicht gut in dem Zeugs. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Nein. Ich denke, wir haben keinen Effekt. Das gibt es ja nicht. Aber wie soll ich denn... Da hätten sie so... Ich spiele die Lüre der Spinne. Auftreten. Das hat sie nicht als extra eigenes Ding, ne? Auftreten. Sonst noch irgendwas Interessantes im Inventar. Kriegshorn. Es hat doch geheißen, es ist doch total dumm, da einfach so reinzugehen. Wir schauen einfach mal, was passiert. Ansonsten brauche ich eine Lösung für das. Ah, der Schattenbruch, das ist eine große Gefahr, die in der Dunkelheit lauert und alles verschlingt. Gib dich mit Licht, um seinen tödlichen Effekt zu vermeiden. Mein sehr essenziell, die in der Dunkelheit lauert und alles verschwindet. Ich sehe... Wir brauchen Licht. Ist das hier nicht schon Licht? Ich sehe... Kein Schattenflug mehr. Ah, man kann's auf die Karte gucken. So ein... Na gut, zu werden will. Kann ich da durchspringen? Okay, wir sputen. Okay, es ist easy, Moon. Moment, sobald ich da reingehe... Hat sie's wieder. Ah, das ist doch... Hier tut's nix. Ähm, einen Moment. Ach, es schreckt schon ab hier. Hm, kennt doch das Artefakt Sinn. Hm. Was war das? Ich frage mich jetzt. Wie kommen wir... Ich glaube, dass die Dinger da, dass das Schattenfluch sind. Ja, wir können uns halt... Wir haben auch diese blöde Lampe nicht. Schattenboot, zack. Können wir das eigentlich angreifen? Nee. Abgrund. Ja, ja. Ich will nur, dass... Ich glaube, ich werde hier mal ganz kurz... Ich glaube, ich muss mal ganz kurz nachschauen, wie man das hier richtig nutzt. Also die Spinnenblühe. Sonst kommen wir hier nicht weit. Liebe Leute, wir machen mal ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und ich habe auch die Lösung. Und ich habe auch die Lösung. Also, also die Lösung im Sinne von, wenn wir weiterkommen. Mit einer Fackel geht es. Bis Erste zumindest. Und die Fackel haben wir aus dieser Feuerschale da hinten raus. Und es scheint uns nichts zu passieren. Und das Musikinstrument funktioniert nicht, weil der Begleiter, der kommen würde, den haben wir umgebracht. Das wäre nämlich einer der Koblenanführer gewesen. So viel zu dem. Gut, dann können wir hier mal weitergehen. Abzau, wir bleiben zusammen. Ich würde sagen, wir machen überall diese Feuerschalen an. Einmal verwenden. Na, bleib an. Schattenwurz. Sack, nehmen wir mal mit. Mal was blündern. Oh ja. Oh. Da sind Leute da unten. Die haben aber auch eine Fackel. Gondor. Ah, ich bin ein Zauberer. Also bitte runter, wenn ihr bei uns. Sonst könnte die Sache hässlich werden. Hm. Ja, komm. Äh, wieso? Was zum... Das ist eine Falle. Um. 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 There you are! Come! Join me! Jonas! Ehm... Achtung! Ehm... Ich wollte gar nicht kämpfen jetzt! Ähm... 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 Abbildbeschwören... Okay... Wir bleiben mal hier... B-Schlag... Er war ja irgendwie klar... Äh... Ach... Ja genau... Hinter uns... Ehm... Ehm... Warum geht's nicht weiter? Ähm... Schatten... Was machen wir? Kann ich die überhaupt anständig treffen? Und nochmal... Sehr gut! Scheiße... Ähm... Nicht genügend Bewegungsrate... Okay... Machen wir Fernkampf... Mal gleich nochmal machen... Ähm... Sollen wir heilen... Sollen wir nochmal... Aufzünden... Ja... Äh... Nicht auf mich... Auf... Da... Okay... Tot... Wir gehen runter... Wir machen Tank... Ja... Ja... Sehr geil... Gut... Das war's fürs Erste... Äh... Bei uns wäre Heilung eigentlich nicht schlecht... Magisches Geschoss... 6 bis 15... 2 bis 20... Okay... Geil... Es hat funktioniert... Gehen wir mal eins runter... Mal... Mal... Einen Trank... Zweifeln wir uns rein... So... Vor mir dir... Einige Flamme... Gut... Scheiße... Ja... Das mit dem... Versteckenspiel... Ist natürlich scheiße... Und nochmal... Hast du was dabei... Was mir hilft... Ne... Ja... Nehmt jetzt mal alles mit... Naja... Kann ich da... Ne... Kann ich nicht... Gut... Was soll man denn machen... Gehen wir mal ein bisschen in die Richtung... Ne... Wir müssen im Helm bleiben... Bleib da... So... Komm... Wir nutzen mal das... Aha... Scheiße... Okay... Ähm... Volle Kanne... Volle Kanne... Gucken wir mal... Na... Durchbohrende Schuss... Bringt nicht sehr viel... Okay... Einer weniger... Ja... Wir ziehen jetzt... Natürlich nicht... Mh... Dann müssen wir erstmal... Fernkampf... Vorbei... Ich glaube... Recht... Ganz normaler Schuss... Gut... Sehr gut... Wir sehen ihn wieder... Ja... Okay... Ja... Okay... Gut... Nochmal kurz... Looten... Alles... Hier mitnehmen... Ja... Was... Eigentlich... Kannst du das machen... Und hier... Eigentlich ein bisschen... Morbido... Ah... Ich will mich hier nochmal ein bisschen umsehen... Kommt mal mit... Kiste... Okay... Das können wir noch mitnehmen... Das hier... Gut... Und daher... Brauchen wir hier... Was die gut sind... Okay... Ähm... Zauberbruch... Wie ging das nochmal mit der... Alchemie... Ja... Sortieren noch mit der... Zauberbruch... Ach... Wo war denn das... Ich suche das jedes Mal... Lager- und Rastmenü... Ne... Wo konnte ich das denn nochmal machen... Lager- und Rastmenü... Lager- und Rastmenü... Ne... Wo war denn das mit der... Alchemie... Allgemein... Reaktion... Ne... Lichtquelle... Fernkampfwaffen sind... Hm... Warte mal... Kann ich hier eigentlich... Wenn da eigener Button ist für Lichtquelle... Kann ich... Kann ich... Ritter- alldolch... Nee... Das sind die Waffen die ichizo eigentlich immer... Hatte... Warte ist das... Ritter- alldolch... Ach... Die Fackel ist dann so... Hm... Hier gäbe das... Wo ist die Waffe von mir... Nee... Das war's. Okay. Passt. Und jetzt kann ich hier sagen, Lichtquelle 1 aus. Okay. Passt. Trotzdem. Patentes. Unbasierter Modus. Komm mal auf Charakter. Endkarte. Tagebuch. Ja gut. Schau ich später mal nach. Wo ist das Gasthaus? Ach da. Wir müssen da vor uns dann ein bisschen nach rechts. Wollen wir mal kurz hier schauen, was wir hier so haben. Ja. Mitnehmen. Alles verrottet. Mit trotzdem Verkauf. Nein, oder? Die haben aber irgendwie nur einen Schaden. Hm. Wie kriegen wir die so schnell wie möglich? Tot. Oh shit. Das ist natürlich super. Haben wir Tränke. Sehr gut. Sehr gut. Das waren schon mal einige weniger. Und wir können hier nix mehr mehr machen. Fuck yes. Warte mal. Wo kann ich mehr spalten? Hm. Ja. Okay. Mehr geht nicht. Okay. Können wir uns selber da... Was? Nein. Warum? Ernst jetzt. Wollen wir noch mal wiederbeleben? Ich glaube schon irgendwo. Schriftrolle wiederbeleben. Ja, sehr geil. Nicht wie ich das wollte. Es ist wirklich gefährlich hier unten. Ich speichere mal ganz kurz. Gehört. Äh, da unten. Wir laufen mal nach vorne. Und hoffen wir, dass wir nix weiteres begegnen. Oh, das ist ja so nah gewesen. Oh, das ist ja so nah gewesen. Geh da. Geh nach vorne. Und gehalten deine Hände aus deiner Weapons. Easy. Er ist mit mir. Komm. Jahira. Er war freundlich. Was wird das hier? Ja. Kindness ist zu oft in der Decoy. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, It's that it knows it's own kind. You should never have come here, true soul. Ist es gut? Ich glaube eher nicht. Oh. What are you doing? He's the one who saved us! Oh. He's the one who protected the Emerald Grove. Yep. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved one of my friends from a druid with a snake. Knows when to be discreet too. I pretty much trust him with my life. Haha, you feel it. With a mind of his own? How is that possible? Äh... Nein, das machen wir bestimmt nicht. Ich arbeite auf unreguliche Weise. Ihr müsst mir wohl einfach glauben. Das G. Wie selbst brennt in meinem Arden. Vielleicht hat die Larve Angst. Okay, das hat nicht funktioniert. Wie hast du Kontrollen? Probieren wir es. Scheiße. 21. Alter. Nie im Leben schafft mir das. Oh. Hab ich Schwein. Hahaha. Wow. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand why you, the enigma that you are, suddenly crossed our path. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Und darfst du den Lager zu vernichten in den Trimmern des Mondraufsgangs? Und? Ja, eigentlich beides. Ich erkeh, da bin ich bitte auf Urlaub. Ähm. Dann our interests align. We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Ello oil in the cupboard in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Ja, ich weiß nicht. Okay, komm, wir gehen jetzt mal kurz hier rein, damit es hier safe ist und dann werden wir hier nochmal speichern. Oh, und da wurde für mich gespeichert. Ich werde es aber trotzdem nochmal machen. Ne? Speichern. Achso, Autosave. Naja, passt eigentlich. Okay. Ähm, die Folge ging schon mal ein bisschen besser, außer, dass wir mal draufgegangen sind. Ist voll super. Ah, Wiederbeleben haben wir tatsächlich viermal. Wir sollten das vielleicht mal aufteilen auf die anderen. Jetzt glaube ich mal Off-Camp. In der nächsten Episode werden wir uns mal die Wirtschaft hier angucken, Gespräche führen und mal schauen, bis es von hier aus weitergeht. Spannend, da war die Umgebung hier, die hat es in sich. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Bis dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Es gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.